aber ich komm jetzt runter auf die bot lane der tatsachen ich hab chat aus er wird doch gleich tot er wird jetzt schon geholter ja er muss halt schillen er darf halt nicht so im all chat aktiv sein können wir den bart catchen wahrscheinlich nicht noch mit fürs täglichen ich blende und für dich im rücken die monstisch wird dann hochgeladen gleich